Herzlich Willkommen zu Let's Play Amysia. Ich bin Mr. Slendy Gamer und mit mir gereist ist. Okay, warsch. Okay, wir werden das Video fortsetzen nach langer, langer Zeit. Wie hässlich dieser Brunnen aussieht. Dieser Brunnen ist eigentlich schön, aber auch nur eigentlich. Aber dann kamen die Römer. Liegt da eine Frau drin oder so? Zack. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir waren und was wir machen mussten. Das halt, wenn wir das Video jetzt beenden. Ich weiß nicht, wo wir waren, was wir machen mussten. Aber ich gehe erst mal in den Keller. Bin ich gerade mit Doc? Nein. Also, wir ficken das nochmal anders. Okay. Es ist Taschen. So ist es schnell rennen. Kurz mal in der Aufnahme das Mikro verstellen. Voll professionell. Ich bin wahrscheinlich wieder 10 Millionen mal leiser als du. Ja, das ist... Das liegt natürlich nicht an mir. Ne? Das weiß ich ja. Ja, das liegt immer... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich... Was, was... Ah, ich kann Notizen doch lesen. An den Namen. Hallo. Das können auch Kinder gucken. Kleine Kinder. Grüße an der Stelle. Ah. Licht. So was gibt's. Da ist ein Notizbuch rechts unten. Wie öffne ich das? Weiß ich doch nicht. Klick irgendwas. Drück mal E. 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 Ah ne, der kommt zu zur Seite. E. Zunderwüchse. Oh. 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 Hatten wir davon nicht irgendwie mal so eine Million Stück? Ja. Überall Zünder buchsen. Tut mir leid, Leute. Ich bin leicht erkältet. Ich nicht. Weh, leh. Ey, wie öffnet man das Inventar nochmal? Erst kann man das rein. Drück mal alle Knöpfe, außerdem für die Aufnahme. Ja. Hinweise. Drück mal P. B, N, M. Drück mal P. Ja, war ganz was bei M. Oder N. Oh. Mementos. Die Dunkelheit ist merkwürdig. Oh, Mentos ist so geil. Mentos. Warum steht da ein E und ein N? Aber ich glaub hier bin ich nicht richtig. Drück mal P. P. Ne. O, I, U, Z, C. J, K. J, K. J. J. Warum J? J für Notizen. J für Notizen. J für Inventar. Inventar. Nein. Wilhelms letzte Worte. Bitte. Daniel Tago. Zurück. Mementos. Zurück. Zurück. Wofür sind wir auf die Welt gekommen. Genau für diesen Zweck. Machen wir dann nicht schon mal. In der letzten Aufnahme. Doch, 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 doch. War ich nicht auch schon überlegen. War ich in der letzten Aufnahme dabei? Ja, ne? Ja, du warst bei allen dabei. Oh. Deswegen hab ich auch Amnivenschwerte. Ich bin schon Stammgast. Was ist das? Was ist das? Das ist so eine Zunderbüchse. Nö. Oh, eine Zunderbüchse. Es gibt doch auch... H, K. Was hast du jetzt gemacht? Ah. Hälfte. Man kann irgendwie... Ja. Nein. Ähm. Wo kann man nochmal, äh, dieses... E doch eigentlich. Oder dieses Inventar. I. Beim Einkauf ist es zumindest so. Ah, Tapp, glaub ich. Ah, ja. Ja. Stark, danke. Bitte. Ah, ich hab noch Öl. Okay. Ich geh mal in den anderen Raum. Ah, ja. Weil ich mein schon, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ey, ich mein, wir sind doch von unten erst in den Raum mit dem Brunnen gekommen, oder? Mussten wir eigentlich oben weiter. Ah, scheiß Taschen. Da sind wir hingekommen beim letzten. Da unten drinnen, ja. Ja. Rekonstruieren wir unsere vorherigen Let's Plays. Ich hab drei Millionen... Was? Ich hab drei Millionen Kulis und nicht einen davon hab ich irgendwie gekauft, oder so. Der Kuli-Dieb hat wieder zugeschlagen. What? Die Tür schwingt einfach indisch rein. Hat sie das? Ja. Hä? Egal. So, jetzt geh mal nach oben, oder so. Oder irgendwo hin, wo wir weiterkommen. Toll. Muss ich jetzt krank sein? Ich mach endlich mal wieder ein Video und dann bin ich krank. Nein. Ich glaube, das Video hat eine schlechte Ausstrahlung. Gästezimmer klingt gut. Das klingt, klingt doch Gastfreund. Noch etwas länger. Okay. So. Okay, das ist richtig. Das ist doch mal gut. Da ist ein Tier auf dem Boden. Was? Ey, da ist ein Tier. What the fuck? Klick mal das Tier an. Oder zünd das an. Okay. Ah, Laterne kann ich mal aus. Das ist richtig eklig. Mit der Laterne. Bist du bei St. Martin oder was? Oh. Man nennt es Laterne. Aber in Wahrheit ist es eine Zunderwüchse. Richtig unnötig. Magie. 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 Den. Ah, er gedrückt hat. Boah. Erstmal die ganzen, äh, Physics da drin wiedererkennen. Wurf mal weg. Oh. Wie viel Kraft der Typ haben muss, dass er den mit einem, mit einer Hand festhält. Und mit der anderen auch dreht in der Hand. Zünd an, das ist gut. Wenigstens ist das mal ein Kamin und keine Fackel. Oh, ich dachte, das wäre Stefano. Kennst du noch Stefano? Ja, ich seh nix, weil die Sonne auf dem Bildschirm scheint. Ja, ich kann ihn nicht tiefer machen, das ist voll scheiße. Boah. Hey, weil ein Schloss kaputt ist, klemmt die Tür. Dreh dich einfach ein. Bäh. Bäh. Sachen durch die Gegend zu werfen, ist lustiger als das Spiel selbst zu spielen. Ja. Oh, Lapis Lazuli. Ist das Monster Energy Drink? Laudanum. Achso. Laudanum. Ja, das macht doch deinen Gesundheitszustand da irgendwie besser, ne? Ja. Nimm mal die Notiz, die da liegt oder was auch immer das ist. Die Notiz, okay. Das sind Cheats. Ja, die Notiz. Cheats Codes. Cheats Codes. Hehehe. 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 Vom algerischen Gubernus Büro. Okay. Hehehe. 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 Er war schwer verwundet, als ob er von einem Löwen angefallen wurde. Das ist die einzige Möglichkeit, er wurde von einem Löwen angefallen. Das ist die einzige Möglichkeit. Hehehe. Die Franzose. Oh, die Franzose. Die Franzose. Nein, ich wollte das lesen. Nein, ich aber nicht. Okay. Oh, ja. Fenster. Was ist das? Hehehe. Hehehe. Du hältst es einfach da oben gegen und es zerspringt. Nein, ich hab's geworfen. Ja, aber das sah nicht so aus. Ey, mach einfach das Fenster kaputt und spring raus. Oh, ja. Oh, ja. Ich glaube, das ist für die Tür. Entschuldigung. Ich glaube, die Brechstange ist für die Tür. Da vorne ist eine Notiz. Und das schreiben wir in unser Notizbuch. Oh, ja. Jetzt kommt wieder. Oh. Jetzt kommt wieder die Tür zu in den September. Der D-July. D-July. Wenn ihr das lesen wollt, müsst ihr den richtigen Moment Pause drücken. D-July. Drücke im richtigen Moment Pause. Tut mir leid. Ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht ganz zu schnell machen. Oh, was Neues zum anziehen? Oh. Warum steht da nicht einfach so ein Monster drinnen? Weil ich dann hier sterben würde. Ja, und? Das wäre zu lustig. Oh, ein Schrank. Ah! Was ist das? Das ist der Zahn da. Ah, das Ding ist gebrochen, okay. Das Ding kann ich nicht mehr um den Klee. Let's it be here. So, jetzt habe ich euch etwas mehr Zeit gelassen zum Pausieren. Wow, wie nett. Bitte, Monster. Oh. Wer lebt eigentlich in so einem riesigen Haus? Gott. Äh, versteck dich mal. Wir sind nicht hier. Nicht hier. Was? Alter. Hat niemand gemerkt. Leider geil. Genau. In diesem Lease hat sich gar nichts gereinigt. Hat niemand gemerkt. Leider geil. Jetzt machst du die Tür auf, steht das Teil davor. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Ich glaube, es ist weg. Dieses Teil sieht hier einfach so abartig hästlich aus. Was für ein Hundesohn das war. Ja. Der meint auch, der kann hier einfach reinplatten. Hallo? Das will Freunde haben. Weiß ich doch nicht. Musst du nicht irgendwie einen Schlüssel finden? Muss ich. Ja. Okay, hier gab es wohl nichts mehr. Dann musst du ruhig da raus. Hä? Der einzige Sinn, in diesen Raum zu gehen, war jetzt ein Set zu finden und dich zu verschwinden. Aber es war auch der... Nein, lass mich doch lesen. Natürlich. Wie soll denn das sein, wenn ich schon lesen kann? Oh, hier hängt das Spiel ein wenig. Nein. Am besten war er auf meinem alten Computer. Er hat einfach ein Bild, die Sekunde. Schon mal anfangen. Was ist das? Ein Flummi. Warum titsch der nicht? Und mal wieder titscht. Oh, wie geil es wäre, wenn du so ein Flummi in dem Spiel hättest, der einfach durch die ganze Halle titscht. Was? Boah, ich hätte fast da reingebogen. Ja. Müssen wir gleich nochmal versuchen. Shoot jetzt zu machen. Da werde ich niemals landen. Wenn du eine Notaufnahme machst, hast du schon lange nichts mehr hochgeladen und hast nur wenig Zeit. Ah, okay, mach weiter. Richtig behindert. Aber richtig. Genau. Stell's mal weg. Oh, mein Gehalt. Wow, wow. Muss ja fast alles weg, so jetzt geht's weiter. Können wir auch wieder gehen? Nö. Oh, Licht. Oh, ich hasse es, wenn du 3000... Hey, hier war ich doch schon. Nein. Doch, 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 doch. Nein. Ich will die Tür... Da ist ein Durchgang. Ne, ne, ne. Doch. Oh, Zunderbüchse. Wie lange wir keine mehr gefunden haben. Aber die sind wichtig, weil die brauchen schon einfach... Im Grunde kommst du eigentlich... Im Grunde rennst du durch dieses Gebäude, haust vor einem Monster ab und machst den Rest kaputt. Ich glaube, die haben das Monster extra geschickt, damit du nicht alles kaputt machst. Weil ich würde so ein... Keine Ahnung. Assi halten. Erstmal Tür zu machen. Ah. Ganz ehrlich, wenn das Monster da durchkommt, dann hat das Spiel keine Logik mehr. Das Spiel hatte Logik. Ne. Ja, doch, du rennst in den Haus und machst alles kaputt. Selbstverständlich. Ja. Mach ich auch auf. Jetzt bleibt da liegen, du scheiß Schleif. Durchgang frei. Fertig. So, äh, heute... Oh! Heute bei Amnesia Zunderbüchsen finden und, äh, sich verbarrikadieren. Oh mein Gott. No! Das ist nicht der Fahne. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein langweiliges Double. Oh. Fahr zur Hölle. Hehe. Da kommst du nie wieder dran. Ich glaube, wir müssen hier echt nicht rein. Öh, ist das Panzerglas oder so? Hehe. Ist das Panzerglas? Wirf mal das fast dagegen. Oh. Ja, das ist echt Panzerglas. Bäh. Zu viel PewDiePie geguckt. Oh nein, jetzt mal Schleichwerbung. Oh mein Gott. Ah, wie bei Mediakraft. Mediawack. Ach, scheiß drauf. Ich habe die Akustik nicht gesprochen. Mediakraft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hin soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Oh mein Gott. Es ist Jesus. Oh. Oh, hoi. Oh, hoi. Oh, ho, 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 ho. Oh. Raus hier aus diesem Scheiß. Ja. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Verlängern mal die Zeit. Okay. Oh, ho, 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 ho. Diss nicht. Okay. Hä, warum ist die Tür wieder zugegangen? Scheiß Tür. Was ist das denn? Okay, über den Stuhl. Ja, ich bin. Stühle sind immer wichtiger als alles andere. Ja, du hast ja noch ein paar Räume vor dir. Oh ja, Stuhl. Schlecker die. Oh. Oh. Jetzt kommt wieder so... Oh, ich hatte die ganze Zeit an. Okay. Und dann merkst du es nicht mal. Oh. Das war aus. Ja, ich muss erst mal was tun. Da. Oh ja. Ja, so komm. Ich hab genug für. Da ist schon wieder Jesus. Hier vielleicht damit. Eine Notiz auf dem... Tisch. Was war das Wort, das ich gesucht habe? Blablabla, wer liest sich das durch? Wer schreibt so lange Briefe? Vor allem wenn der Brief... Das mach ich nicht mal in der Arbeit. Kann ja auch mal irgendwas passieren. Ja, dann geh doch mal in einen anderen Raum, wenn du da nichts mehr findest. Oder auch nicht. Wir setzen uns jetzt gemütlich hierhin. Und gucken Fernsehen. Oh, Fernsehen. Was ist das? Eine Welt außerhalb von YouTube. Oder wir lesen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Mir wird schlecht. Wie kannst du das da noch festhalten? Hat der Gummiarm oder was? Es kletet einfach an der Wand. Es ist ja... Ah. Wie so ein Magnet. Ja. Pupp. Welche Mysterien erwarten uns noch? Zum Beispiel Husten. Oder auch... Ja, jetzt gehen wir einfach mal in einen anderen Raum. Oh, okay. Die Daktigkeit. Oh, oh. Was? Oh. Ja, einfach mal weit. Wie groß ist dieses Studier-Zimmer? Äh, nope. Doch hier war ich schon jetzt muss ich doch gleich auf dem Balkon und dann lang. Natürlich war ich hier schon. Äh, wieso findest du denn dann immer noch Briefe? What the fuck? Okay. Ist einfach eine Zunderwüchse. Öl. Endlich eine Zunderwüchse. Jump'n'Wat. Lecker. In Resident Evil würde dir jetzt ein Zombie von hinten auf den Kopf springen. Boah, Jump'n'Run in der... Besser als in Minecraft. Mach lieber wieder aus. Hier war ich doch auf jeden Fall schon. Oder hab ich das einfach nur aus dem... Ich denke mal, das hast du aus den Videos. Ja, klar. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich lange genug zurückgehalten. Meine Geduld wird schon Jahrhunderte. Wo ich hinkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbrüge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ah, fuck, meine Stimme. So, kann weitergehen. Ich kann mir vorstellen, die Dinger brauchen wir. Nein. Viel zu verroffen. Das ist echt so. Geh mal weiter in den nächsten Raum da. Musst du immer so hetzen? Nein. Öl. Mehr als die Hälfte der Laterne. Das ist mal eine gute Definition. Oh. Was? Strömungskreis heißt nicht Stromkreislauf. So nennen die das zumindest in der Schule. Ah, das müssen wir gleich. Ah, ja. Aufzugsmaschine. Das haben wir doch schon gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ey, dann habe ich das nur aus dem Video, ey. Hoch, acht und runter, acht. So was hatten wir in der Schule, nee. Das bringt uns gar nichts hin, voll ist bei. Wenn alle Stämme eingeschoben sind. Also ich dachte immer, eine Batterie reicht. Warum verschwimmt alles gerade so? Und nimm mal so'n Sägerad mit. Das kann man gut als Ninja-Stern benutzen oder so. Nein, nimm so'n Rad mit, bitte. Ich wusste es. In so einer Tour können nur 200 Buchsen drin sein. Ich will mich verarschen. Vielleicht nicht. Hey. Das ist die Kiste. Wo ist die Kiste? Da, wo ist die Kiste? Nee. Was weiß ich? Kisten sind aus Holz. Na? Das eine heißt Pläne, Aufzugsumbau. Das andere heißt einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Ich geh dann einfach mal wieder. Spring einfach runter, dann kannst du einfach. Oh mein Gott. Wie klein der auf einmal ist. Warum wird der immer klein? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hast du so'n Schrumpf dran getrunken. Jetzt geh mal den Gang so und lang. Genau, das ist auch noch eine Tür. Geht mal hier rein. Ich weiß ja, die letzte Tür geht nicht auf. Die schon. Oh. Immer besser zu. Ne, genau. Nimm die Fluchtmöglichkeit weg. Oh. Hä? Hä? Let's see what you have to offer. Okay. Ah. Soll der Buxer. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Okay. Jetzt weiß ich, woher das Blut kommt. Da hat hier jemand seine Tage. Wahrscheinlich der Typ, der eben gerätet hat. Es wird kürzumachen. Willst du auch nochmal irgendwas sagen? Oh. Fuchs. Ne, ich bin gerade konzentriert, weil ich... War das ein... Fuchs? Kern des menschlichen Lass. Ne, es war ein Hund. Scheiße. Äh, ja, äh, ich sag... Oh. Oh. Terror steigert. Das kann man lesen. Genau. So kurz müsste ein Brief immer sein. Hallo, Terror steigert. Das sieht irgendwie wichtig aus. Das ist aber nicht. Äh. Ah. Geht doch. Hallo. Oh Gott. Ach, der Stuhl. Na, scheiße, ich muss nießen. Ich bin gleich wieder zurück. Ernsthaft? Scheiße. Geil, ich hab ihn angesteckt. Angesteckt? Vor allem, weil ich huste und er niest. Deswegen hab ich ihn angesteckt. Hier im Schrank muss irgendwas. Ah. Ich hab die Schranktür geöffnet und das kam mir entgegen. Okay. Das sieht nett aus. So, ich bin wieder da. Nicht so so ekelhaft, ey. Ne. Ne. So, fertig. Ich krieg den Tank sogar wieder zu. Alles ordentlich aufräumen, bevor wir gehen. Oh. Zu ne Büchse. Geh mal irgendwo hin, wo wir weiterkommen. Jetzt versuch mal rechts da durchzugehen. Äh, ich mein, geht wahrscheinlich nicht, aber... Ah, da geht... Da rechts geht's noch lang. Oh. Ja, ja. Ne. Das ist wieder eine Kiste aus Holz. Oh, bestimmt ist auf dem Rückweg kommt so ein Fies. Ich bin sicher, es wird nix passieren. Naja, ich hab's gehört. Ich weiß drauf. Oh. Ah ja, da waren wir überall. Das muss alles schön an, ich hab's gehört. Oh. Ich glaub, die Tür klemmt. Hö. Sieh, schau. Na, geht doch. So. Hehehe. Hey. Ja. So. Bist du dranken, Sailor? What shall we do now? Bist du dranken, Sailor? What shall we do now? Bist du dranken, Sailor? What shall we do now? I will never... Vergiss nicht deine Tasche, Daniel. Hä? Statt da gerade. Okay. Wofür hab ich denn das Spiel überhaupt gekauft? Weiß ich doch nicht. Um diesen Boden zu begut... Ah, aber ne, ist halt hier so ein Viech drin. Ne, 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 ich hab da drauf gekriegt. Ach so. Oh, diese Wasserlevel. Oh. Was hat er jetzt eigentlich gesagt? Äh, irgendwas ist überlebensnotwendig. Das sieht doch gut aus. Oh yeah. Oh yeah. Oh, da ist doch der Aufzug. Echt? Hey, das haben wir doch alles schon tausendmal gemacht. Nein. Der ist mal ohne Spaß. Was wir in der letzten Aufnahme die ganze Zeit gemacht haben, ist dieses Teil zum Mixen, was diese roten Spinnweben da wird bekommen. Wäre das auch? Aber ich meine, das kann ich dann nicht so gut aus dem Video, als von einem Jao, dass man guckt. Ich hab mich mehrere Let's Plays von Füßen gefragt. Aber, ey, das ist abgeschlossen. Das sah mir jetzt nicht abgeschlossen. Wenn sie das hier einigermaßen licht. Guck mal schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht direkt funktioniert wird. Hä, muss man die Türen vom Aufzug selber zumachen? So wie früh. Vor allem, der zieht nicht mehr am Hebel und dann weiß der schon, der funktioniert nicht. Das war klatschig. Aber vielleicht muss ich dann erst da oben rein. Vielleicht muss... Du musst erst mal den Maschinen rumkommen. Verdammt, wir gehen da jetzt einfach rein. Okay. Find erst mal einen Schlüssel. Oh yeah, Blut. Was machst du? Hier fährt er so los. Tschüss. Ich habe euch verarscht. Eigentlich funktioniere ich. Ach, ist abgeschlossen. Suchen Schlüssel. Es ist nicht so ein... Kannst du es damit nicht aufmachen? Mit dem Teil in der Mitte da. Mit einer hohen Nadel eine so große Eisentür und so dicke Eisentür. Ja. Dann halt nicht. Dann muss ich doch noch in diesen einen Raum, wo ich als erstes rein bin. Irgendwo meinte eben einer was vom Schlüssel. Oder muss ich da unten rein? Nee, da kommen wir her. Meine ich auch, ne? Ja. Ach nee, wir haben uns erst nur diesen Raum angeguckt. Ah, eine Tür gibt's noch. Wir haben uns ja erst nur diesen Raum angeguckt hier und dann haben wir uns da hingestellt in die Aufnahmewänder. Ich glaube, wir müssen hier echt noch mal. Ach, scheiße. Nach unten ist immer besser als... Hier habe ich noch Öl, ja, okay. Wichtig ist, dass wir dieses Ölding gefunden haben. Gut, ich hätte auch einfach weniger verbrauchen können. Ja, ja, es geht ihm. Oh, so wenn, ja. So, Lagerung klingt schon mal gut für Schlüssel. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Wein, glaube ich. Was steht da? Instrumente. Ja, lass Klavier spielen. Das sieht aber schon scheiße aus. Ich hasse es, wir haben so weit guckt und nichts sieht. Bitte lass den Klavier... Hä? Was ist das für ein Instrument? So eine Trommel oder was? Oh, yeah. Was ist das? Trommel. Toll. Trommel. Trommel. Ich meine, hier waren wir schon drin. Scheiße. Oh, drei Türen gibt es, vielleicht soll das Level eigentlich dauern. Level ist nicht. Dieser Teil meine ich. Können auch gleich nochmal wieder die Aufnahme dabei. Oh, noch eine Tür, vier Türen? Äh, ja, wir hören noch gleich auf. Ich bin jetzt schon auf. Ich bin jetzt schon auf. Ja. Erst die Zunderbüchse. Dann das Wichtige. Dann das Unwichtige, meinst du? Ich lasse die Tür hier offen, damit es nicht mehr warm ist. Betten, in einem der Zettel stand drin, was du machen musst. Bestimmt. Draußen hupt erstmal so ein Auto. Okay. Ich bin schon wieder mit drei Milliarden Zunderbüchse drin. Ah, da ist eine Zunderbüchse drin. Und Öl. Und Leidenadeneidem. Vandalium. Ah, fast. Ich finde die Zunderbüchse einfach rumstehen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich lasse die alles im Weg. Typisch. Alles dunkel. Zunderbüchse leuchtet. Ah. Alles für eine Zunderbüchse. Was man alles für eine Zunderbüchse. Mal genau, das habe ich mir auch gedacht. Und man muss jeder Einzelne mitnehmen. Also dieser Raum hat sich gelohnt. Ja. So ein extra. Mach nicht so. Ja. Ich weiß noch, wenn ich mal Viecher kommt. Meine Orientierung ist so verdammt scheiße. So kleine, äh, also so kleine, also, äh, nur so kleine Räume sind das. Äh, war dann eigentlich gerade eine Kiste? Wie du da öffnen konntest, da rechts. Ich habe eine Zunderbüchse gefunden. Oh. Wir hätten da links in der Kiste eine Zunderbüchse. Oh. Ah, da darfst du nicht richtig. Ist das die Kurbel für einen Aufzug? Teil des Bohrers. Alles ganz. Die Aufgabe hört sich groß an. Ja. Scheiß. Hier bleibt noch nicht andere Übel auf die Anflug. Ja. Letzte Tür, eine haben wir noch. Noch zwei. Ne, wir waren jetzt schon nicht. Das ist bestimmt die asozialste. Aber wenn die schon zu halb offen ist. Am dunkelsten ist es auf jeden Fall. Wenn wir wenigstens mal so viel Öl wie zu 100 Buxen finden würden. Also dass man nicht in die Stadt muss oder so. Hä? Ich suche jetzt den Raum noch und dann beenden wir mal die Aufnahme. Jaha. Ich hab keinen Bock mehr. Da! Oh, noch einer. Mein Mikro hängt mir grad. Beim Tabulator kann man die so kombinieren. Nein. Kombinieren? Meine Fresse ey, mein Mikro hängt mir grad voll im Mund drin. Da, was ist das? So, fertig. Ah, ich muss alles hören. Ja, äh. Dann. Wünsch ich euch was. Und... Ich nicht mehr. Bis nächste Woche. Nein. Bis nächstes Jahr. Bis demnächst. Ciao.